So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Eine neue Folge Pokémon GO, ein neues Infovideo, bisschen spät, aber ich habe mir die Zeit genommen, wirklich am Wochenende alle drei Giga-Dynamax-Rades zu machen, jeden in einem einzelnen Video festzuhalten und dann am Sonntag, Montag, Dienstag hochzuladen, weil viele Leute haben das nicht geschafft, sind daran gescheitert. Ohne die Hilfe der Community hätte ich auch absolut keine Chance gehabt. Der Dragonite hat dann noch Leute mobilisiert, die sind von überall her gekommen. Das hat dann irgendwie funktioniert und jetzt soll ja in Zukunft wahrscheinlich, wenn Giga-Dynamax-Gänger kommen, das eh leichter werden. Trotzdem nutze ich jetzt schon mal die Zeit, meine Partikel jeden Tag in die Pokémon zu stopfen, um die zu stärken und zu machen und zu tun. Jetzt weiß man, man muss sich richtig krass und gut auf dieses Feature vorbereiten. Nicht mehr einfach nur raiden, 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 sondern wirklich die Partikel statt Raids in was anderes. Was jetzt aber auf dem Schirm ist, was in der, ach warte mal, Sören, bald ist Halloween, bald ist Sören weg. Wir müssen Sören noch die Chance geben, das ist Sören. So, Sören macht man an, dann haut man ihn mal auf den Tisch, wenn er nicht will und spurt und dann stellt man ihn hier hinten hin, damit er uns die Halloween-Zeit im Oktober immer mal begleitet hat in den Infovideos. Wenn Oktober ist, dann ist er dann weg. Ich möchte keinen Sören länger haben, als sein muss. Ich mag Sören. Mögt ihr auch Sören? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Was in der Zwischenzeit passiert ist, ja, der Mankey-Seeder wurde angekündigt. Das Video habe ich jetzt schon seit 100 Jahren aufgenommen, aber ich finde keine Möglichkeit, das hochzuladen. Und weil der Mankey-Seeder hier nach dem Erntedankfest ist, muss ich natürlich jetzt erstmal aktuell das Erntedankfest ankündigen. Und Raid am Mittwoch hätte ich, habe ich heute auch aufgenommen am Mittwoch, bringe ich aber trotzdem erst am Donnerstag raus, weil das dann in der Halloween-Edition kommt. Und dann passt das auch wieder wie die Faust aufs Auge. Reichlich Abenteuer während des Erntefestivals in Pokémon Go. Wir sehen immer noch Irrbis, aber pass, es ist ja ein Kürbis. Wir sehen Olini, wir sehen Sonnenflora-Dings und wir sehen eine fette Kuh. Yo, was geht ab? Die Kuh wird blau, das ist Miltank. Miltank in Shiny ist einfach eine richtige Bombe. Was hat das mit dem Erntefestival zu tun? Was macht das da? Das gibt es ja schon. Spawn das dann einfach überall. Gibt es den als Giga-Dynamax? Was passiert? Schauen wir mal rein. Erntefestival von Donnerstag, der 7. November, 10 Uhr, bis Dienstag, der 12. November, 20 Uhr. Doppelte Fangbonbons, erhöhte Chance auf schlinde Irrbis, also die Kürbisse. Moos-Lock-Module loggen während des Events andere Pokémon an, zum Beispiel Alola, Kokowai, Relaxo, Irrbis und Olini. Relaxo am Moos-Lock-Modul. Relaxo. Erntefestival. Wilde Pokémon. Achso, außerdem bei Irrbis, die von Moos-Lock-Modulen angelockt werden, besteht eine höhere Chance auf XL-Exemplare als bei wilden Irrbis. Irrbis ist ja, den gibt es ja in vier oder fünf verschiedenen Größen. Und der Größe ist der fetteste und krasseste und sieht einfach am mächtigsten aus. Den will man haben, aber den gibt es halt wild nicht so oft. Aber an den Moos-Modulen könnte der öfters auftauchen. Wilde Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Außerdem zum ersten Mal schillernde Olini. Da haben wir also ein neues. Olini gab es bisher noch nicht. Als Shiny wird als Shiny eingeführt zum Erntefest. Und was gibt es ansonsten? Wild, Mirapla, Owei, Hopspross, Sonnenkern, Miltank, Zickzacks, Skobbel, Irrbis-Größe S, M und L. Und Olini mit Glück auch Irrbis-Größe XL. Also es gibt vier verschiedene Größen. Und alle Pokémon hier können Shiny sein. Olini eben das erste Mal da. Was wäre für mich denn jetzt interessant? Hm, hab ich so eine... Also Miltank kann eigentlich nichts. Aber ein Shiny Miltank sieht cool aus. Wenn eins kommt, würde ich mich wahrscheinlich freuen. Ansonsten, Olini ist halt neu. Weiß ich gar nicht, wie das aussieht. Würde ich gerne mal sehen. Ist bestimmt wieder total unspektakulär. Und Irrbis, ein fettes, großes, dickes Irrbis. Warum nicht? Nimmt man mit. Vielleicht gibt es ja wieder Showcases dann mit Irrbis. Von den Spawns ansonsten, glaube ich, ist das jetzt alles nicht so wichtig, so bedeutend. Deswegen, ja, ist halt ein chilliges Event für zwischendurch. Belohnungen aus den Feldforschungen. Auch hier mit Glück, schillernd, Abschluss, Größe. Also Irrbis in Feldforschungsaufgaben auch drin. Kann auch alle verschiedenen Größen annehmen. Olini auch in Feldforschungsaufgaben. Dann gibt es eine kostenpflichtige, befristete Forschung für zwei US-Dollar. Da gibt es zwei Moos-Module. Ein Rauch, ein Glücksei und Begegnungen mit Olini. Ist in letzter Zeit öfters so, wenn was neu ist. Ticket. Und dann hast du da vier, fünf Encounter von dem. Und dann musst du eigentlich gar nicht raus großartig da dich umschauen. Du machst einfach irgendwelche Aufgaben und dann bringen die dir das nach Hause, sozusagen. Ist jetzt kein wichtiges Ticket, finde ich. Glücksei brauche ich in letzter Zeit kaum noch. Die Leute leveln eh, wie sie wollen. Rauch, ja, hat man eigentlich ganz viel immerzu. Gerade aus diesen Showcases kommt auch immer mal mit Rauch raus. Moos-Module. Würde ich jetzt keine zwei US-Dollar für bezahlen. Wenn da Raid-Pässe drin wären, dann fände ich es wieder cool. Also braucht man nicht. Wenn jemand ein Ticket schenkt, würde ich die Forschung aber auch wieder im Video festhalten und gucken, was da rauskommt. Sammler-Herausforderungen. Es finden zum Event passende Sammler-Herausforderungen statt. Wenn wir diese meistern, erhalten wir Staub und begegnen mehreren Olini. Kann man passend mit dem Ticket in einem Ausbeute-Video dann auch abholen, zeigen. Pokestop-Showcases. Mit Event-Pokémon steht natürlich noch nicht da mit was. Müsste ja dann auch wieder von Samstag auf Sonntag und von Montag auf Mittwoch stattfinden. Poké-Go-Web-Store braucht man nicht. Sticker gibt es nicht. Avatar-Sachen gibt es nicht. Es gibt wenigstens ein neues Shiny. Und Miltank hüpft rum. Das ist doch schon mal cool, oder? Ansonsten moost halt ein bisschen mit euren Moos-Modul runden und schaut mal, was dabei rumkommt. Aber starkes Event. Sieht anders aus. Trotzdem schön, dass die Spawns und in der Wildnis alles immer mal themenbasiert ein bisschen wechselt. Mancher braucht ja vielleicht trotzdem noch dies und das für den Pokédex oder dies und das als Shiny. Deswegen, ich spiele ja jetzt ganz anders. Deswegen ist mir das eigentlich alles wurscht, was da drin ist. Ich habe da jetzt kein Ziel. Kann da gemütlich rangehen. Wie sieht es bei euch aus? Nehmt ihr das Erntefestival mit. Was sind eure Ziele im Erntefestival? Schreibt es mal rein. Peace out Vorhaut. Euer Ramses.